Freunden zählen. Das ist eigentlich, glaube ich, auch das Faszinierende, was man auch von außen immer hört, wenn man Leute kennenlernt aus anderen Städten, dass es hier irgendwie so ein großes Netzwerk gibt, was sich über die Jahre erhalten hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das geht jetzt so weiter, dass im Grunde jetzt eigentlich die meisten auch wieder zurück nach Krefeld gekommen sind, auch die sich lange verweigert haben. Und zum Studium sind alle irgendwie raus und wollten in die große, weite Welt ziehen und jetzt kommen sie so langsam alle zurück. Können sie sich irgendwann nicht mehr wehren gegen Krefeld, gegen die Antiochskraft. Das ist halt tatsächlich so und das ist natürlich schön. Am Anfang, als ich mich relativ früh nach dem Studium für den Weg entschieden hatte, dachte ich so, hoffentlich kriegst du das nicht mal irgendwann als Boomerang zurück, dass du dich zu früh irgendwie verankert hast. Aber ich habe es eigentlich nicht bereut. Schön. Und ja, sag mal, warum machst du heute beim Podcast mit? Tja, weißt du es? Dann sitzen wir hier. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin gefragt worden und ich fand es spannend und jetzt bin ich hier. Ja. Oder? Ja, reicht als Antwort. Also mir reicht es. Okay, bin ich dran. Genau. Ja, Frau Fedder, bitte stellen Sie sich kurz vor. Ja, mein Name ist Katharina Fedder-Hammloch. Ich bin 35 Jahre alt und ja, nicht ganz gewürdige Krefelderin, aber seit ich zwei Jahre bin, bin ich auch eigentlich hier verwurzelt aufgewachsen und ja, habe hier in Krefeld vor zehn Jahren die Agentur Montagmorgens gegründet. Und ja, mit meinem Team begleite ich hier auch unter anderem eben Wirtschaft und Projekte in der Region. Ja, die nächste Frage. Was machen Sie oder was machst du an einem typischen Montagmorgen? Das ist ja ein schönes Wortspiel. Das ist eine gute Frage. Ja, das stimmt. Also was mache ich an einem typischen Montagmorgen? Also seit ja etwas mehr als einem Jahr jetzt auch erst mal morgens die Kinder versorgen oder mein Kind versorgen, meinen Sohn versorgen. Danach fahre ich ins Büro am Garlingsfahrt in Krefeld. Da sind wir ja im Oktober 2022 hingezogen. Und das Schöne am Montagmorgen ist, dass bei uns Montagmorgen Präsenztag ist. Also das heißt, alle sind im Büro, das Team ist im Büro. Und ja, wir setzen uns dann erst mal zusammen, besprechen, was ansteht, aktuelle Ressourcenplanung für die Woche. Und ja, dann geht es auch schon los. Wie viele Leute seid ihr bei euch in der Agentur? Ja, ich sage mal immer so zwischen sieben und neun irgendwo in der Liga. Den Standort habt ihr aber jetzt gerade gewechselt, weil den alten, den kannte ich noch an der Untergart. Richtig, genau. Wir haben an der Untergart 24, knapp acht Jahre verbracht, hatten dann die Möglichkeit, in die alte Samtweberei am Garlingsfahrt zu ziehen. Und da sind wir jetzt seit Oktober 2022 im Erdgeschoss und sind ganz glücklich über die Veränderung, weil es eben auch jetzt zehn Jahre Montagmorgens 2023 ansteht. Ja, das ist doch genau der richtige Zeitpunkt. Nicht 650 Jahre, aber immer eins von zehn Jahren. Hast du eine Ahnung, warum du hier bist? Ja, genau wie du. Ich wurde gefragt, fand das total spannend, war ehrlicherweise auch ein bisschen aufgeregt, auf wen ich jetzt hier treffe. Bin ganz glücklich jetzt hier über meinen Gesprächspartner. Ja, ich denke mal anlässlich des Stadtjubiläums, ich meine, vielleicht unser Beitrag, den wir dazu leisten können, ein bisschen was über Gräfel zu erzählen, was wir damit verbinden. Ja, gut. Dann blättern wir mal weiter, ne? Genau. Ja, vielleicht kannst du mir nochmal ein bisschen mehr über das Unternehmen erzählen. Warum aus deiner Sicht ist Gräfeld ein guter Standort für ein Textilunternehmen und für eine Kreativagentur? Naja, den zweiten Teil beantwortest du wahrscheinlich besser. Also das Unternehmen hat mein Großvater 1936 gegründet, in der Samt- und Seidenstadt Gräfeld. Also ich glaube, da gab es keinen richtigeren Standort für das, was er gemacht hat. Heute hat sich das etwas gewandelt. Aber das war damals oder bis auch noch in die heutige Zeit für unser Produkt, also unser klassisches Produkt ist ja das Krawatte, Schleife. Mittlerweile gibt es viele, viele andere Produkte, die wir uns ausgedacht haben. Das ist Gräfeld die Keimzelle in Europa gewesen oder immer noch eigentlich, neben Como in Italien. Und von daher als mein Großvater, der halt eine klassische Ausbildung genossen hat, hier in einer Krawattenfabrik und sich dann irgendwann mit Ende 30 selbstständig gemacht hat, war das der Standort. Mein Vater und mein Onkel haben das Unternehmen dann weitergeführt, größer gemacht und dann sind vor knapp 20 Jahren eben meine Cousine und ich in das Unternehmen eingetreten. Man muss ehrlich sagen, heutzutage wäre es egal, wo wir den Standort hätten. Es hat sich aber nie die Frage gestellt, irgendwo anders hinzugehen, weil es auch keinen Sinn gemacht hätte. Aber Gräfeld ist sicherlich nicht mehr so sehr Samt- und Seiden-Mittelpunkt, wie das zu der Zeit noch war. Aber trotzdem fühlen wir uns wohl, wir haben eigene Firmenräumlichkeiten, auch gar nicht weit von eurem alten Standort in Stahldorf und sind da glücklich. Das passt immer noch alles, obwohl es auch schon fast 60 Jahre an dem Standort ist. Ja, ist ja auch eine Wahnsinnszeit einfach, 60 Jahre. Ja, warum ist Gräfeld ein guter Standort für eine Kreativagentur? Ja, allem voran, hier gibt es viele Unternehmen, ausreichend Unternehmen, die Begleitung suchen und brauchen auf dem Weg ins digitale Zeitalter, nach neuen Möglichkeiten suchen, da auch eben diese Chancen für sich zu nutzen, die das eben bietet für Marketing und für die eigene Identität, um die auch irgendwo in die neue Zeit zu überführen. Das von der Kundenseite betrachtet, von der Mitarbeiterseite betrachtet, gibt es natürlich hier auch die Hochschule Niederrhein, die viele tolle neue Designerinnen und Designer hervorbringt jedes Jahr. Wir arbeiten auch eng mit der Hochschule zusammen. Das heißt, bei uns sind eigentlich regelmäßig auch Studenten im Unternehmen tätig, entweder für ihr Praxissemester oder eben als Werkstudierende. Das ist witzig, da habe ich gestern auch noch mit einem Dozenten drüber gesprochen, weil wir da auch ein bisschen die Fühler ausgesteckt haben. Ja, das finde ich halt total spannend auch. Also während man natürlich auch aus vielen anderen Branchen und Unternehmen hört, Fachkräftemangel, ist man dann jetzt natürlich mit einer Kreativagentur an diesem Standort hier in Krefeld schon wirklich gut aufgestellt, wenn man eben diese Quelle auch zu nutzen weiß. War dir das denn am Anfang schon direkt so bewusst oder ist das so mit der Zeit gekommen, dass du gemerkt hast, ach, hier ist ja auch noch so eine Quelle an Kreativität gar nicht weit weg? Also das war jetzt natürlich nicht der Teil des Plans. Genau, das hat sich dann einfach irgendwo so ergeben. Ich habe ja auch, wie gesagt, vor zehn Jahren gegründet. Davor war ich schon eine ganze Zeit lang auch alleine unterwegs in der Kreativbranche. Das heißt, da hat man sich jetzt noch nicht so Gedanken über Recruiting und Team gemacht. Aber ja, als das dann wirklich daran ging, auch ein Team aufzubauen, Agenturteam aufzubauen, hat man das dann natürlich doch recht schnell auf dem Schirm gehabt. Stand das in Frage, ob du in Krefeld gründest oder irgendwo anders oder war das eigentlich klar? Oder denkt man irgendwie, wenn man Kreativagentur ist oder wird, dann muss man eigentlich nach Düsseldorf oder stand das gar nicht zur Debatte, weil man gerade die kleinere Nische gesucht hat vielleicht auch? Ich muss dazu sagen, 2013, als wirklich dann der Name Montagmorgens auch ins Spiel kam als Agentur, zu dem Zeitpunkt, das war die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich nicht in Krefeld gewohnt habe für zwei, drei Jahre. Das heißt, ich habe da eigentlich aus dem Homeoffice heraus erst mal Montagmorgens an den Start gebracht und dort auch im Homeoffice meine erste Teilzeitmitarbeiterin mit am Schreibtisch sitzen gehabt. Ich habe aber immer schon einfach ein sehr, sehr starkes Netzwerk in Krefeld gehabt, dadurch, dass ich eben hier auch aufgewachsen bin, viele Kontakte gepflegt habe, ähnlich wie du, einfach auch einen Bekanntenkreis, einen Freundeskreis habe, in dem man sich auch regelmäßig austauscht. Also war einfach diese Verbindung zu Krefeld immer sehr stark. Das heißt, ich bin dann halt relativ oft nach Krefeld gependelt, weil ich da irgendwie einen Kunden getroffen habe. Und ja, irgendwann wurde mir das dann mit der Fahrerei zu lästig. Und Fahrerei von? Wo warst du vor? Das war damals in Essen. Okay. Ja, da habe ich in Essen gewohnt eine ganze Zeit und dann hat mir der Eigentümer an der Untergart angeboten, ein kleines Büro für mich zu errichten. Er hat zu mir gesagt, Katharina, sag Bescheid, wenn du ein Büro brauchst. Da habe ich gesagt, ja, super, Bescheid. Und dann hat er mir da, ja, die ersten 80 Quadratmeter für die Agentur an der Untergart errichtet. Und das war dann der Zeitpunkt, wo wir dann wirklich mit ersten eigenen Räumlichkeiten gestartet sind hier in Krefeld. So fängt man an. So fängt man an. Das waren tatsächlich Garagen. Ehemalige Garagen. Ja, ich kenne die Räumlichkeiten. Ich fand das trotzdem immer, ich bin immer nur vorbeigefahren, aber sehr charmant irgendwie. Ja, war immer kreatives Arbeiten und es hatte damals da auch wirklich viel Flair auf dem Hof. Und ja, deswegen war eine tolle Möglichkeit, um zu starten. Und deswegen Krefeld unterm Strich stand für mich immer fest, dass ich da irgendwann wieder sein werde. Du konntest es selbst entscheiden. Bei mir war es schon entschieden. Ja, das stimmt. Das ist der Unterschied. Ja. Aber wir blättern mal weiter. Genau. Wie wichtig ist für dich, dass trotz einer Interpretation die Stadt immer noch den Zusatz Samt und Seide verwendet? Wie wichtig das ist? Wie wichtig das für dich ist. Ja, klar. Es ist für uns natürlich irgendwie Teil unserer Kultur, unserer Firmenkultur, unserer DNA. Es ist auch tatsächlich immer noch überregional bekannt. Das darf man nicht unterschätzen. Deshalb finde ich das schon okay, dass man das weiter pflegt. Weil wenn man einmal so ein Merkmal und so ein Slogan hat, warum soll man den aufgeben? Also das kannst du aus deiner Sicht wahrscheinlich noch besser beurteilen. Aber ich finde, das ist einmal so eine Marke, die sollte man eigentlich pflegen und nicht aufgeben. Ich kann auf der anderen Seite aber auch verstehen, da ist eben nicht mehr viel von übrig, von dieser Industrie. Das ist dafür ein, der das jetzt von außen vielleicht sieht oder hört oder betrachtet, der sich vielleicht fragt, was ist denn hier eigentlich Samt und Seide? Das ist halt der Lauf der Zeit, da hat sich einfach viel verändert. Ich weiß nicht, ob man da mehr für hätte tun können, aber man kann die Unternehmen ja nicht zwingen, hier zu bleiben oder in schwierigen Zeiten weiterzumachen. Das ganze Geschäft hat sich halt verändert, sodass es eben nicht mehr so viele Firmen gibt, die hier wirklich mit dieser Samt- und Seidenindustrie zu tun haben. Aber trotzdem finde ich, es ist eine gute Marke und die sollte man pflegen. Ja. Also warum nicht? Ja, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Witzigerweise habe ich mich damals in meiner Bachelorarbeit mit diesem Thema befasst und habe mich einem neuen Corporate Design für die Stadt Krefeld gewidmet und auch eben der Frage Samt und Seide, ist das noch ein zeitgemäßer Zusatz? Und ja, ich bin eigentlich bis heute der Meinung, dass Identität ja nicht wegzudiskutieren ist. Das ist ja genau wie bei einer Person oder bei irgendwas anderem. Ich kann ja nicht meine Identität ablegen und das ist ja nun mal die Identität, aus der diese Stadt erwachsen ist. Auch wenn jetzt vielleicht nicht mehr das in jedem Industrieunternehmen sichtbar ist, aber es ist der Quell. Es ist die Geschichte. Es ist ein fester Bestandteil und deswegen bin ich ganz großer Fan davon, das zwar neu zu interpretieren, aber irgendwie schon das mitzunehmen und das zu übersetzen. Das ist halt die wichtige Aufgabe, das zu übersetzen. Meinst du denn, dass da irgendwie, dass man da mehr daraus machen könnte oder dass da ein Potenzial vielleicht auch verschlafen wird? Ist auch immer so leicht zu sagen, da könnte man mehr daraus machen. Klar, fehlt da gerade irgendwas? Sind wir jetzt zu kritisch? Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, das ins neue Zeitalter zu bringen, weil, wie du schon sagst, jemand von außen muss natürlich dann auch irgendwo sofort verstehen, ah ja, Samt und Seide, ah ja, okay, deswegen haben die diesen Zusatz. Also es ist natürlich einfach die Frage, wie macht man das heute modern sichtbar? Also wie macht man es zeitgemäß sichtbar? Aber klar, es hat was mit der Architektur in dieser Stadt zu tun, die ja viele auch schätzen an vielen Stellen, wo immer gesagt wird, das sieht alles ganz toll aus in den und den Ecken, das denkt man gar nicht. Also es spielt ja in viele, in Kultur, es spielt mit der Hochschule, es spielt in so viele Bereiche eigentlich rein. Natürlich auch in die Wirtschaft, also viele Unternehmen haben vielleicht ihre Geschäftszweige oder ihre Geschäftsfelder auch über das letzte Jahrhundert dann nochmal komplett verändert oder haben sich entwickelt, aber vielleicht kommen die auch irgendwo anders her. Es gibt schon auch viele Traditionsunternehmen. Ja, ja, ich glaube, das ist dann vielen Kräfer dann wiederum gar nicht bewusst, dass dann doch einiges daraus übrig geblieben ist und auch immer noch den Charakter der Stadt prägt. Ob jetzt über Gebäude, ich meine, du bist das beste Beispiel mit der Agentur jetzt in einer alten Samtweberei oder in Samt, war es eine Weberei? Das war ja das alte Gebäude von Scheibler und Pelzer und genau, Samt wurde doch da hergestellt. Ja, jetzt habe ich hier Frage 6, haben wir Frage 5 überblättert, aber ist egal, ich mache einfach mal weiter. Wie wählen Sie Projekte bzw. Kunden aus? Was macht Projekte reizvoll? Das ist eine super schwierige Frage. Wie wählen wir die aus? Was für mich total wichtig ist, ist, dass die Chemie zwischen den Kunden und der Agentur stimmt. Dass man nach einem ersten Gespräch ein gleiches Bild irgendwo entwickeln kann von der Zusammenarbeit. Das finde ich für uns halt sehr wichtig, weil es im Alltag einfach mehr Spaß und eine gute Zusammenarbeit bringt. Ja, darüber hinaus, klar, wählen wir natürlich auch Kunden und Projekte danach aus, ob die zu dem passen, was wir schwerpunktmäßig machen. Wir sind halt viel im digitalen Bereich unterwegs, haben uns auch einige technische Spezialisierungen aufgebaut. Und danach wählen wir dann auch entsprechend natürlich die Kunden. Aber ist das so, dass ihr Kunden ansprecht oder Kunden zu euch kommen, weil ihr, also durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder müsst ihr viel selber akquirieren? Es ist unterschiedlich. So richtig klassische Kaltakquise machen wir eigentlich eher weniger, muss ich sagen. Also durch ein starkes Netzwerk war es bisher glücklicherweise immer so, dass sich die Dinge irgendwo gefügt haben. Also wir versuchen halt einen guten Job zu machen und freuen uns dann natürlich, wenn die Leute auch positiv über uns berichten und vielleicht eine Empfehlung aussprechen. Deswegen also da ist eher wirklich das Stichwort Netzwerk. Also ich versuche eigentlich eher über ein starkes Netzwerk und auch darüber unsere Identität nach außen zu tragen. Damit versuche ich halt auch die richtigen Kunden dann letztendlich und Kundinnen eben anzuziehen. Also das, was wir eigentlich auch bei unseren Kunden versuchen, das leben wir natürlich auch so. Ja, ich glaube, man kann auch nur gutes Marketing machen, wenn man genau so eine Basis hat. Wenn man halt das Produkt oder die Firma oder das Unternehmen mag oder sich damit irgendwie auseinandersetzen will. Sonst bringt das, glaube ich, nichts. Auf jeden Fall. Also ich meine, wir sind sehr vielfältig. Branchenmäßig haben wir halt keine Spezialisierung. Da bin ich aber auch super glücklich drüber. Zum einen, weil ich persönlich immer schon ein vielfältig interessierter Mensch war. Und das teilt eben auch mein Team, diese Einstellung. Und das heißt, wir freuen uns auch, dass wir uns hin und wieder auch mal mit vollkommen neuen Themen beschäftigen können. Da vielleicht auch Erfahrungen reinbringen können, die wir in anderen Branchen gesammelt haben. Irgendwas, was irgendwo anders schon gut funktioniert. Funktioniert funktioniert ja vielleicht auch für eine andere Branche, wo man vielleicht noch nicht drüber nachgedacht hat. Da sind wir eigentlich nicht irgendwo limitiert, wo wir sagen, okay, von der und der Branche. Haben wir keine Ahnung. Die Finger lassen oder haben wir keine Ahnung, ja. Ich glaube, man kann sich auch da überall irgendwie reinbeißen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, jetzt haben wir doch eine überblättert. Jetzt bist du nochmal. Oder hattest du Frage 5, genau. Ich habe Frage 5. Wie kommst du eigentlich zu deinen Stoffdesigns? Oder wie kommt ihr zu euren Stoffdesigns? Das ist eigentlich relativ einfach. Man denkt immer, dass wir irgendwie jedes Design am Reißbrett bei uns entwerfen. Das tun wir nicht. Wir kaufen bei, also früher klassisch Krawattenstofflieferanten. Da gibt es immer noch welche von, es gibt noch eine Weberei hier in Krefeld, aber sonst eben hauptsächlich in Italien, in Como, am Kromer See. Und mittlerweile machen wir eben auch relativ viel mit Fernost direkt. Da gibt es halt von den Lieferanten eben Kollektionen, die uns vorgeschlagen werden. Und da picken wir uns dann halt die Sachen, die wir mögen und adaptieren dann halt vielleicht noch Farbbilder oder sowas. Also es ist relativ selten, dass wir jetzt selber irgendwelche Dinge vorgeben. Also wir suchen uns das eigentlich so aus den verschiedenen Kollektionen zusammen und bauen dann daraus unsere Kollektion zusammen. Also wir designen nicht selber in dem Sinne. Da sind wir wieder in der Reihe. Warum hast du dich für eine Selbstständigkeit in Krefeld entschieden? Hatten wir gerade schon so ein bisschen, aber... Also generell fürs Thema Selbstständigkeit stand für mich schon sehr früh fest, dass ich irgendwo meine eigene Idee von Agentur realisieren möchte und auch selbstständig arbeiten möchte. Also eigenverantwortlich etwas aufbauen möchte. Und ja, wie gesagt, in Krefeld, das hatten wir ja gerade schon, aber speziell das Thema Selbstständigkeit bedeutet für mich halt auch ein Stück weit, klingt vielleicht komisch, aber Sicherheit, dass ich das machen kann, was ich möchte. Eigentlich erstmal widersprüchlich, weil es ja ein größeres Risiko ist, aber... Ja, also es lässt mir jetzt gerade zum Beispiel natürlich unheimlich viel Freiraum, mich ja auf meinen Sohn gerade zu konzentrieren. Klar, ich habe viele Jahre auch sehr, sehr hart dafür gearbeitet, da überhaupt sowas aufzubauen, dann von null. Aber wenn man das eben dann getan hat und wenn man dann eben diese Selbstständigkeit so weit aufgebaut hat, dann gibt es halt auch einen Zeitpunkt, wo man es genießen kann. Ja, wo man es genießen kann und wo man davon dann auch in einer gewissen Form profitiert, dass man eben gewisse Freiheiten hat in der Selbstständigkeit. Hattest du denn Phasen, wo du unsicher war? Also unsicher jetzt nicht im Kleinen, sondern wo es wirklich auch schwer war, wo man vielleicht auch an einem Bescheideweg war und wusste gar nicht, ob es weitergeht oder war das eigentlich, ist das von Anfang an solide gelaufen? Also ganz an der Anfangszeit erinnere ich mich schon, dass eigentlich mit jeder neuen Entscheidung, sei es für Büroräume, Mietvertrag unterschreiben, Mitarbeiter und so weiter, dass da schon irgendwo auch eine Existenzangst natürlich irgendwo dabei war. Also man sagt, okay, was tue ich jetzt hier eigentlich und was binde ich mir so ans Bein? Aber irgendwann lernt man halt irgendwie damit klarzukommen und nimmt das halt einfach und denkt so, ja gut, ist jetzt halt so und berechnet vielleicht auch irgendwie mal zwischendurch nochmal seine Fallhöhe und stellt dann fest, dass es vielleicht eigentlich gar nicht so dramatisch ist, wie man das ja impulsiv vielleicht eingeschätzt hat. Und mit der Zeit, klar, es gab über die ganze Zeit immer wieder Herausforderungen. Okay, weiter. Was macht das Besondere am Familienbetrieb über mehrere Generationen aus? Also erstmal ist es eine ganz große Dankbarkeit. Es ist natürlich eigentlich ein ganz anderer Weg als du. Ich habe mich, wenn man das böse ausdrücken will, ins gemachte Nest gesetzt. Ich sehe das selber nicht so, weil es ist trotzdem, habe ich mich dafür entschieden und das muss man dann auch erstmal machen. Und ich habe mich auch früher dafür entschieden, als mir vielleicht auch klar wurde, ob ich es wirklich machen will. Das war tatsächlich so ein Punkt nach dem Studium. Ich habe das früh schon gesagt, dass ich es machen will, aber nach dem Studium habe ich dann erstmal gedacht, so willst du es wirklich? Und habe dann aber relativ schnell den Entschluss auch getroffen. Eine große Dankbarkeit dafür, dass da ein Grundstein gelegt wurde, den man, glaube ich, heute mit dem Business, ich würde nicht sagen, es ist aussichtslos, aber es wäre schon sehr schwer, sowas jetzt in der Zeit heute auf die Beine zu stellen. Ich habe fast 20 Jahre lang mit meinem Vater und meinem Onkel zusammengearbeitet. Die haben sich jetzt erst in den letzten paar Jahren zurückgezogen. Viele denken ja immer, dass man, wenn man eben mit zwei Generationen arbeitet, dass das auch gewisse Dinge hemmt oder dann am Ende doch die Alten wieder die Entscheidung treffen oder so. Das war eigentlich bei uns nicht so. Also die beiden haben immer natürlich ihre Meinung gehabt, aber auch sehr schnell respektiert, wenn meine Cousine und ich eben anderer Meinung war und dann meistens auch gesagt, ja komm, das ist eure Zukunft, dann machen wir es so. Von daher war das immer schön, zusammenzuarbeiten. Es ist jetzt auch gut, dass wir es jetzt selber alleine machen, aber wir haben da schon sehr von profitiert. Und was du gerade sagst, ist mit Sicherheit, das ist halt dann da schon ein großer Aspekt, dass man immer jemanden hat, mit dem man so Alltagssorgen auf geschäftlicher Ebene austauschen kann. Man kann auf der einen Seite, konnten wir immer Entscheidungen alleine treffen, aber wenn es halt schwierige Entscheidungen waren, dann konnte man zu Papa ins Büro. Ja, darum beneide ich dich tatsächlich ein bisschen, weil, also ich konnte zwar auch immer zu Papa ins Büro, aber nichtsdestotrotz, ja, einfach da jemanden im Unternehmen zu haben, mit dem man auch dann mal Sorgen und Ängste teilen kann, das kann ich mir vorstellen, dass das einfach schön ist im Alltag. Nee, das hilft schon. Also wie gesagt, jede Zeit hat ihre Vorzüge. Jetzt ist es so gut, wie es ist, aber es war auch um keinen Tag zu lang. Wir haben das beide, glaube ich, sehr, sehr geschätzt. Frage an beide. Joker-Frage. Bei welcher Kräfe der Firma würden Sie gerne mal eine Woche hospitieren? Oh, das finde ich eine total gute Sache. Habe ich immer schon darüber nachgedacht, sowas müsste es geben. Einfach mal aus dem Berufsalltag regelmäßig ausbrechen und Praktikum im Unternehmen. Vielleicht kriegen wir ja gleich zuhauf Anruf. Ja, und ich würde jetzt einfach mal ganz gerne sagen, ich würde einfach mal bei dir eine Woche ausbrechen. Ja, das Witzige ist, dass ich das gerade auch gedacht habe, das klingt jetzt tatsächlich so ein bisschen zu naheliegend, aber ich habe tatsächlich immer so einen Bezug zu Kreativagenturen oder so gehabt. Ich habe halt auch Marketing als Schwerpunkt gehabt, was ja nichts damit zu tun hat, aber mich hat das auch immer interessiert. Aber ich mache es jetzt nicht zu einfach. Du bei mir, ich komme auch gerne mal bei dir vorbei. Nee, würde mich wirklich interessieren. Aber ich glaube so, als erstes fallen mir zwei ein. Völlig, weiß ich jetzt auch nicht, vorher nicht drüber nachgedacht. Also Fressnapf finde ich irgendwie sauspannend, so aus Konsumersicht. Da weiß ich aber nicht, ob man da so einsteigen könnte. Aber das finde ich schon, ja, einfach so ein Unternehmen, was schon irgendwie so erfolgreich ist, immer weiter voranzutreiben und besser zu machen. Das finde ich schon spannend. Als zweites fällt mir Remember ein. Ja. Vielleicht auch. Ja, klar. Ist eigentlich auch ein Bekannter von mir. Aber das ist für mich auch so ein Kreativquell. Die haben so ein ganz striktes Produkt, also sehr vielfältige Produkte, aber nach einem sehr strikten Plan irgendwie. Und das finde ich sehr gut, wie die das machen. Und da könnte man, glaube ich, viel von lernen. Hallo Ingo. An dieser Stelle. Genau. Ja, ich komme da auch nochmal drauf zurück. Also, bei welchem Unternehmen? Ich glaube, Unternehmen würde ich mich jetzt gerade noch nicht ganz genau festlegen. Ich fände auf jeden Fall eine wissenschaftliche Richtung total spannend, weil das auch immer etwas ist, wo ich mich früher auch alternativ zur Kreativbranche gesehen hätte. Eigentlich was Gegensätzliches fast, ne? Ja, ja. Ja, und das waren vielleicht immer so zwei Herzen, die da in mir geschlagen haben. Deswegen, das fände ich halt spannend. Irgendwas Hochtechnisches, Komplexes, Wissenschaftliches, das fände ich irgendwie interessant, ja. Im Labor oder so. Das sind auch ein paar Firmen. Ja, definitiv. Also, da müsste man dann nochmal in die Recherche gehen, wer sich da auch anbietet. Oder ja, vielleicht kriegt man dann jetzt auch Angebote. Also, Bewerbungen. Es gibt auch ein paar Kreativ-Inputs dann. Genau. Genau. Wir machen einfach der Reihe nach weiter. Also, in einer Fabrik gibt es Fertigungsstraßen. Was ist das Pendant bei einer Agentur? Prozesse. Also, gute Prozesse. Und da würde ich sagen, da haben wir, oder habe ich von vornherein immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir unsere Prozesse, wie wir vielleicht eine Website zum Beispiel an den Start bringen, dass wir das schon sehr früh auch identifizieren, wie dieser Prozess ist, auch mit gewissen Qualitätskriterien versehen, das auch dokumentieren und dann auch, ja, nach diesem Schema arbeiten und dieses Schema auch stetig verbessern. Ich glaube, man unterschätzt, wie wichtig das eigentlich ist, um effizient zu arbeiten in einer Agentur, nur weil man sonst im Chaos versinkt. Und fängst du immer wieder von neu an. Wir nutzen dann ein digitales Aufgabenmanagement-Tool, was ganz, ganz leicht zu bedienen ist. Und da haben wir halt auch über wirklich, das würde ich sagen, das ist auch so das Hirn der Agentur. Wie heißt das? Trello. Kleiner Werbeblock. Einspieler. Einspieler. Wird jetzt gepiepst. Das ist wie so eine Pinnwand, ne? Ja, genau. Da gibt es im Prinzip so Listenansichten, einzelne Karten, die lassen sich ganz dynamisch verschieben. Jeder Kunde hat bei uns ein Board. Wenn wir ein neues Projekt haben, wird das halt da rein transferiert. Die Prozesse haben wir irgendwo definiert. Das heißt, wenn jetzt Kunde XY mit Thema Website kommt, dann legen wir das. Kommt, wird die Schublade aufgemacht und Logo ausgetaucht. Das nicht, aber das Logo, nein. Wir sind da schon im Prozess selber, sind wir extrem individuell. Aber die Herangehensweise, die ist natürlich schon definiert. Und wie gesagt, wir haben halt auch doch sehr hohe Qualitätsstandards, die wir erreichen wollen, wo wir uns auch immer wieder die Messplatte höher setzen und daran arbeiten. An Technologie, wie man das dann letztendlich auch umsetzt, dass es wirklich das beste Produkt wird. Und deswegen also Prozesse. Das ist letztendlich das Kernstück. Also doch eine gute Vergleichsmöglichkeit zwischen der Kreativungsstraße. Ja, auf jeden Fall. Können Sie sich am Fließband vorstellen, beziehungsweise bei Fließbandarbeit? Hast du schon mal am Fließband gearbeitet? Nein. Was? Habe ich noch nicht, tatsächlich. Du? Nee, ich habe im Studium mal so Löcher in Metallplatinen gebohrt, im Akkord. Das war so krass. Also schon auch eine Art von Fließband. Ja, es war total monoton. Und je mehr Plättchen man in der Stunde geschafft hat, desto mehr Geld gab es. Und das war schon ziemlich hirnverbrennend. Aber muss man auch mal gemacht haben. Ja, eine Art Fließbandarbeit, wenn du es so willst. Also mein erster Job war mit 15 hier in Krefeld auch bei einer Messeagentur, die damals noch hinterm Bahnhof saßen. Mittlerweile sind die in Willig. Und da habe ich auch hier aus so kleinen Folientexten, Folienbuchstaben halt mit einem Skalpell immer diese Innenteile, die Punzen aus den Buchstaben rausgepiddelt. Im dunklen Kellerzimmer. Ohne Fenster. Genau, also das war da in der alten Backfabrik. Da saßen die. Ja, also das war auch eine Art meditative, also schon eine sehr meditative Arbeit, die man mit sehr hoher Geschwindigkeit dann auch irgendwann ausführen konnte. Aber so klassisch Fließband, nee, habe ich noch nicht. Aber das ist witzig. Ich habe neulich mit zwei Freunden zum unterschiedlichen Zeitpunkt darüber gesprochen, wie sehr prägend doch diese Jobs, die man so früher gemacht hat. Und was auch für unterschiedliche, bekloppte Dinge man gemacht hat. Ich bin zum Beispiel in Münster Pizza-Taxi gefahren und da gab es halt noch kein Navi und ich kenne die Stadt nicht. Das wäre auf jeden Fall nichts für mich gewesen. Das kann ich an der Stelle. Da hat man dann irgendwie die Bestellung geguckt, der hat dann so einen großen Stadtplan geguckt und mit dem, was man da aufgenommen hat, ist man dann ins Auto gestiegen und kam dann irgendwie eine Dreiviertelstunde später, wenn man Glück hatte bei dem. Aber das hat man irgendwie schon mitgenommen. Deshalb finde ich die Frage auch ganz gut, ob man sowas schon mal gemacht hat. Ja. Es geht weiter. Die ist auch an uns beide. Sie beide brauchen in Ihrer Arbeit ein Gefühl für Trends. Was sind Ihre Hilfsmechanismen? Ja, für uns würde ich sagen, ich lese super viel. Also auch gerne. Also alles, was mir irgendwie so in die Finger kommt, gucke ich an, lese ich durch. Wenn es auch nur mal ein kurzes Überfliegen ist, ich gucke mir einfach unheimlich viele Sachen an, immer schon. Und dadurch entwickelt sich natürlich auch so ein gewisses Gespür. Nichtsdestotrotz gibt es auch irgendwo so einen eigenen Stil, der sich natürlich mit der Zeit auch entwickelt und festigt. Ja, das ist so die Inspirationsquelle, dass man alles irgendwie anschaut, was einem begegnet und was einem gefällt. Ja, das ist auch eigentlich eine berechtigte Frage, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt irgendwie so Recherchetools oder Mechanismen habe. Also es ist halt viel nach Gefühl und wenn man mal, das jetzt natürlich auch nicht mehr so häufig durch die Kinder in irgendwelchen Städten unterwegs ist, das sauge ich immer irgendwie auf, in kreativen Städten natürlich, dass man da irgendwie immer was mitnimmt. Weil sonst ist eigentlich, also ich bin jetzt kein Trendforscher und sage jetzt irgendwie übernächste Saison wird es das hellgrün und alles muss hellgrün sein. Pantone color of the year. Bitte? Genau. Ja, genau. Aber das ist ja oft die Frage, die man so gestellt bekommt, wie überhaupt Modetrends entstehen und das ist ja dann irgendwie auch schwer zu greifen, aber irgendwann drei Jahre vorher setzen sich irgendwelche Leute an den Tisch und puzzeln irgendwelche Farben zusammen und jeder guckt sich dann diese Farbbücher an und dann wird es natürlich irgendwann Trend, aber ich finde es auf der einen Seite auch immer schwieriger und unvorhersehbarer wahrscheinlich auch und von daher macht es auch gar keinen Sinn. Dann kann man auch das machen, was man selber gut findet und hoffen, dass es den anderen auch gefällt. Also die Erfahrung haben wir schon oder habe ich schon über die Jahre gemacht, dass das, was wir, also ich sage immer wir, meine Cousine und ich, wir sprechen eigentlich immer so dieselbe Sprache, was uns gefällt. Und das ist dann auch oft der Geschmack, der unseren Kunden gefällt. Klar, da liegt man nicht immer richtig, aber das ist jetzt nicht irgendwas, was man sich erarbeitet, indem man jetzt irgendwie sich zig Moodboards oder irgendwas anschaut. Ja. Ja, finde ich spannend auf jeden Fall, dass du das so siehst und dass ihr auch so eher intuitiv, sage ich jetzt mal, arbeitet an dieser Stelle, weil ich sage mal, Thema auch Mode ist für mich auch in jeder Saison, also ich mag das Thema persönlich einfach gerne, man beschäftigt sich dann auch damit, aber ich frage mich auch immer, wer legt zu welchem Zeitpunkt, wann ist, wann diesen Trend jetzt fest? Wie weit im Voraus kann man da überhaupt was vorhersagen? Also finde ich hochspannend. Ja, ja, das ist ja dann wirklich Trendforschung. Das ist auch wirklich spannend und interessant und aber auch schwer nachvollziehbar. Also von daher geht tatsächlich ziemlich viel, man sieht was, findet es irgendwie cool und überlegt sich, das macht man jetzt in irgendeiner Form ähnlich oder das, was wir halt vorgelegt bekommen, ist dann wirklich das Gefühl oder die Erfahrung und wir sind halt eben auch sehr viel mit Kunden selber noch im Kontakt. Da kriegt man dann eben auch so ein gutes Gespür dafür, was gefragt ist. Berechnet ihr das dann auch irgendwo? Also sagt ihr, okay, das und das Design hat in den letzten so und so vielen Jahren so und so viel Umsatz gebracht, das ist hier unser Verkaufsschlager, das nehmen wir dann auf jeden Fall nochmal mit. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, wir machen zwei bis drei Kollektionen im Jahr mit unterschiedlichen Artikeln. Das ist natürlich sehr kurzlebig. Man erliegt immer dem Anspruch, dass man jetzt Dinge nicht wiederholt, weil man eben meint, man müsste irgendwie alles neu erfinden. Denn die Kunden sind ja gar nicht unbedingt so anspruchsvoll. Deshalb machen wir schon eigentlich immer alles wieder neu, was aber nicht dagegen spricht, dass wir mal einen Bestseller vielleicht wieder reinnehmen. Aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jedes Design und jede Farbe mit Zahlen auswerten und dann sagen, das wissen wir dann auch aus dem Verkauf, welche Artikel gut waren und welche nicht. Oder man versucht auf der Basis dann was ähnliches nochmal zu finden bei demselben Lieferanten, um es dann halt so ein bisschen fortzuführen. Ja, du bist dran. Okay. Wie wichtig ist für dein Unternehmen lokale Präsenz? Wir haben am Anfang auch schon mal kurz drüber geredet. Ich glaube, heute wäre es egal, wo wir sind. Also gut, in der Mitte von Deutschland relativ zentral gelegen ist immer vom Vorteil, weil man schnell überall hinkommt. Aber es würde für uns jetzt keinen Unterschied machen, ob wir in Hamburg oder in München oder irgendwo säßen. Aber es würde für uns auf der anderen Seite auch keinen Sinn machen, hier wegzugehen. Von daher sind wir hier zu Hause und das ist auch gut so. Ja, Christoph. Krawatte oder Fliege? Geht es ans Eingemachte? Ja, jetzt geht es ans Eingemachte. Krawatte oder Fliege? Steigt eigentlich der Anteil an Frauen, die Krawatte oder Fliege tragen? Ich würde jetzt erstmal sagen, du beantwortest jetzt erstmal die Frage. Krawatte oder Fliege? Ich bin ganz klar Krawatte. Also Fliege ist gut, dass es die gibt und auch viele junge Männer bei irgendwelchen Anlässen viel mehr Fliegen tragen als noch vor vielen Jahren oder einigen Jahren. Aber ich bin Krawatte. Und der Anteil der Frauen gibt es keine wissenschaftlichen Erhebungen. Ich habe jetzt gerade wieder irgendein Bild aus irgendeiner Modezeitschrift gesehen. Das kommt immer mal wieder hoch, aber ich würde da jetzt keinen Trend draus machen. Ist auch nicht unser Geschäft. Wir sind halt durch unseren Vertrieb mit den Herrenausstattern und Herrenbekleidungsunternehmen im Kontakt. Wir haben gar nicht die Verbindung zu den DOB-Leuten. Von daher ist aber auch noch keiner an uns herangetreten und hat gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie Damenkrawatten. Das sind immer so modische Trends, wo das wieder hochkommt. Meistens immer, wenn es bei den Männern gerade nicht so angesagt ist, dann holen es die Frauen aus der Mottenkiste. Also ich erinnere mich daran, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hatte so eine Phase zu Schulzeiten. Da habe ich mir Tücher mit Krawattenknoten gebunden. Kann sein, dass ich die Einzige war. Aber kann sein, dass ich einfach... Du bist kein Trendsetter, weil es kein Trend draus geworden ist. Ich durfte bei meinem Vater öfter mal Krawatte binden, weil der auch jeden Morgen mit Krawatte aus dem Haus gegangen ist. Und irgendwie, ja, dann bin ich irgendwann auf die Idee gekommen. Das mache ich jetzt auch mal bei mir. Aber wie das so ist in der Jugend, da probiert man auch einiges mal aus. Aber heute würde ich es vielleicht hin und wieder... Kommt dir das denn? Siehst du irgendwann mal jemanden, eine Frau mit Krawatte? Ne, jetzt richtige Krawatte nicht. Nicht, aber so ein Schal oder so ein Halstuch, so ein Seidentuch irgendwie zu... So mit Knoten gebunden, das kann man, finde ich, schon machen. Also wir sind ja gerade auch Polunda wieder viel in... Passt eigentlich. Kommt alles wieder. Kommt alles wieder. Genau. Dann haben wir eine Frage an uns beide. Wird das Produzieren und Vermarkten durch Gendervielfalt eigentlich einfacher? Also ich sage mal, ich kann für uns sprechen als Agentur. Wir stehen da total hinter, dass wir auch irgendwie kontinuierlich auch gendern. Also verstehen uns auch als Agentur als jemand, der das auch aktiv mit vorantreiben muss. Also das heißt, wenn wir das natürlich nicht in Anzeigen, in Plakaten, in der Sprache, in Text und so weiter berücksichtigen, die irgendwo sichtbar sind, dann wird es natürlich auch entsprechend nicht wahrgenommen. Also wir verstehen uns schon als jemand, dessen Aufgabe das ist, das halt mit Durchwording sozusagen zu verdeutlichen. Aber es wird dadurch natürlich nicht einfacher. Man muss halt jetzt länger danach, nach den richtigen Worten eigentlich suchen. Was ich jetzt nicht schlimm finde, auf gar keinen Fall. Das ist auch eine schöne Herausforderung. Aber es macht doch Texte oft auch kaputt, oder? Findest du nicht? Ja, klar, es sieht natürlich jetzt vielleicht im Schriftbild natürlich nicht mehr so harmonisch, einheitlich aus. Aber ich denke auch, auf der anderen Seite tut es halt auch keinem weh. Und wenn sich dadurch Menschen respektierter und abgeholter fühlen, dann finde ich das berechtigt, das so zu tun. Aber es macht die Sache nicht einfacher. Aber man kann es lernen und ich denke, es gibt genug Wege. Wie ist es bei euch? Es spielt eigentlich nicht so eine Rolle, weil wir sind mit unseren Produkten ja schon durch unseren ganzen Aufbauvertrieb, wie ich gerade schon sagte, sind wir eben an den Mann gerichtet. Unsere Marke heißt Real Guys. Real Guys Wear Ties. Genau. Unge-Genderter kann man sich eigentlich gar nicht nennen. Das stimmt. Da sollten wir uns vielleicht mal drüber unterhalten. Von daher spielt das jetzt nicht so eine Rolle. Ich finde es nur manchmal ein bisschen viel gegendert. Aber es ist halt auch schwierig, da jetzt zu sagen, man macht ein bisschen Gender. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist auch okay. Die großen Organisationen machen uns das eigentlich gut vor. Also wir arbeiten ja auch unter anderem für die Hochschul Niederrhein oder die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die in Berlin sitzt und sich genau auch mit diesen Menschen auch beschäftigt, die das betrifft. Deswegen ist es ja mittlerweile bei uns auf jeden Fall irgendwo so zum Alltag geworden, dass wir die Themen berücksichtigen. Und wir versuchen das auch bei Kunden, die das noch nicht auf dem Schirm haben, aktiv mit einzubringen. Stößt natürlich nicht immer auf große Begeisterung, aber an vielen Stellen eben auch auf, ja klar, können wir auch so machen. Und Eier stimmt. Genau. Deswegen, wir sind da schon, glaube ich, auch so eine Art Mittler als Agentur, das überhaupt ins Spiel zu bringen und das auch sichtbar zu machen. Auch für uns beide. Wie wichtig ist für dich eigentlich, dass es hier eine Hochschule mit dem Fachbereich Design gibt, merkst du, dass bei den Krefelderinnen eine besondere Affinität zum Design besteht? Ich habe dich gefragt. Du hast es ja gerade schon ausgeführt. Ich glaube, für euch ist es ein großer Bestandteil, wo ihr Leute herkriegt oder wir wollen damit jetzt mal starten. Also ich habe da lange drüber nachgedacht und wusste gar nicht so genau, wo ich ansetzen soll und habe jetzt durch einen privaten Kontakt einen Dozenten kennengelernt und wusste zum Beispiel gar nicht, dass es einen Fachbereich E-Commerce gibt und Masterstudiengang. Ja, von daher buhlen wir wahrscheinlich bald um die Leute. Ja, wir fischen ja eigentlich eher im Fachbereich Design tatsächlich, also Kommunikationsdesigner. Ja, es gibt ja für euch, halte ich das auch für extrem relevant, es gibt ja auch den Bereich Produktdesign. Vielleicht gibt es da auch noch Werkstudierende. Ja, vor allen Dingen, weil die lokale Nähe auch, jetzt wieder nicht zu Design, sondern zur Hauptdependence, das sind ja 200 Meter zu uns. Was glaubst du, wird auch in Zukunft im Fertigungsprozess nicht digitalisiert werden können? Ja, wenn ich jetzt auf unser Produkt schiele, ist es schon noch eine ganze Menge Handarbeit. Ich glaube auch, dass sich wahrscheinlich über die letzten 50 Jahre schon viele, jetzt unabhängig von der Digitalisierung, aber darüber Gedanken gemacht haben, wie man diesen Prozess der Produktion noch weiter automatisieren kann. Es gibt aber gewisse Stellen, wo das einfach nicht geht. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass irgendwann in absehbarer Zeit Roboter Krawatten nähen, schwierig zu glauben. Weil das natürlich auch so ein, mittlerweile ja fast ein Nischenprodukt ist und da jetzt keiner solche Entwicklungen vorantreibt. Daher glaube ich, dass da sich in absehbarer Zeit nicht so viel tun wird, das noch weiter zu automatisieren. Bei dir? Also klar, Digitalisierung ist natürlich im kreativen Prozess oder in den Prozessen passiert natürlich schon sehr, sehr viel. Mittlerweile kann auch der Designprozess in einer gewissen Form automatisiert werden. Da gibt es schon super spannende Produkte online, wo man irgendwie einfach nur drei Schlagwörter eingibt und dann eine künstliche Intelligenz daraus ein Bild kreiert, ohne dass ein Fotograf jemals am Werk gewesen war. Das ist vielleicht jetzt noch nicht die gleiche Qualität, aber man sieht halt schon, welches Potenzial da eigentlich hinter steckt. Das heißt, wir versuchen uns natürlich auch darauf zu besinnen, was kann denn Automation und KI nicht ersetzen. Und das ist natürlich irgendwo auch so diese persönliche Beratung letztendlich. Also auch so diese Begleitung durch diesen gesamten Prozess der Entwicklung beispielsweise von digitalen Produkten, die Entscheidungen. Was macht man denn? Also ich glaube, unsere Branche wird da schon noch viel in Bewegung sein, aber so richtig dieses Thema Kreativität und etwas, was dann auch aus der Norm fällt. Weil klar, die KI gibt ja dann allen letztendlich die gleiche Antwort. Also am Ende wird es ja auch immer um Differenzierung weiterhin am Markt gehen. Und ich glaube, das ist etwas, das... Das Herz, glaube ich. Ja, das ist das Herz und das kann dann auch keiner so schnell ersetzen, kein Roboter oder keine KI. Aber habt ihr denn zum Beispiel schon in der Bildbearbeitung oder so, dass Dinge viel schneller gehen, weil, keine Ahnung, man ein Bild automatisch mit einem Klick freistellen kann, wo man früher oder noch gar nicht vor langer Zeit irgendwie mit dem Pixel-Pin... Das ist mehr oder weniger täglich Updates so in etwa, ne? Also da hat sich schon eine ganze Menge getan, wenn man bedenkt, wie früher Bilder nachbearbeitet wurden zum Beispiel, ne? Noch im Studio... Es kann ja auch sein, dass diese Werkzeuge halt bei den Kreativen dann verpönt sind, dass man sowas selber noch oder besser selber machen kann, als jetzt irgendwelche... Ja, also ich würde mal sagen, da gibt es natürlich schon auch zwei Lager, ne? Also der eine oder andere sieht dann vielleicht auch so ein bisschen das Handwerk irgendwie dahin schwinden. Aber ich persönlich muss sagen, dass ich in dem Bereich dann eher eine Chance sehe und das interessant finde, sich damit auseinanderzusetzen. Was kann man denn wirklich automatisieren, was auch eigentlich eher zu einem verbessernden Prozess beiträgt? Und wofür kann ich dann die gewonnene Zeit denn dann wirklich verwenden? Bist du halt einfach produktiver, ne? Ja. Das ist ja auch das, was oft der Kostentreiber ist, sind ja diese Dienstleistungen, ne, wo eben zehn Stunden lang an einem Bild rumgefeilt wird, ne? Mit welchen Medien wird Ihre Agentur in 65 Jahren die Kampagne zur Krawattenfrau des Jahres ausgestalten? Was, mit welchen Medien? Mit welchen Medien, ja. In 65 Jahren? Wie alt bist du dann? 100 bist du 100 gerade so. Dann bin ich gerade 100 geworden. Tja. Also die Medien, das kann ich ja zu dem Zeitpunkt nicht genau sagen, aber am Ende wird es immer noch um eine gute kreative Idee gehen, im Kern, die Emotionen transportiert und ja, also welche Medien dann wirklich angesagt sind in 65 Jahren, also wenn man jetzt mal überlegt, was war jetzt vor 65 Jahren. Und es wird sich doppelt so schnell entwickeln oder dreimal so schnell, ne? Also diese Aussicht wage ich mich nicht. Metaverse. Metaverse. Ich glaube, das ist dann schon wirklich... Auch schon wieder durch. Also das ist schon längst wieder durch, ja, genau. Falls es denn jemals da gewesen sein sollte. Ja, also an die Redaktion 65 Jahre ist etwas weit nach vorne geschaut. Ich bin gespannt, ob es noch über Wälder Niederrhein dann auch ausgestrahlt wird. Wahrscheinlich nicht. Du bist, ne? Du darfst das Foyer des neuen Verwaltungsgebäudes am Theaterplatz textil ausgestalten. Wie sieht das aus, Christoph? Also ist natürlich auch sehr abstrakt, weil ich das Gebäude nicht kenne und auch kein Architekt und auch kein Innendesigner bin. Aber ich würde natürlich versuchen, irgendwas zu platzieren, was mit der Geschichte und der Stadt samt und Seidenstadt zu tun hat. Keine Ahnung, eine riesengroße Patchwork-Krawatte oder sowas. Ja, was super auffälliges, wo man auf jeden Fall nicht dran vorbeigehen kann. Ja, aber ins Detail müssen wir dann nochmal gehen. Ja, kleines Brainstorming ist noch notwendig. Genau, dann nehme ich dich dann zu meiner Seite und dann lassen wir uns da was Gutes einfallen. Okay, kleines Quiz zum Abschluss. Ja, ich glaube, da sind wir schon durch unsere Fragen ganz gut gekommen und ja, ich bin gespannt. Der Krefelder Marketingpreis ging in diesem Jahr an das Autozentrum Tölk & Fischer, die Werbeagentur 4-7-Design oder die Brauerei Königshofer. Dann war es wohl die Brauerei. Genau, das ist richtig. Ja, ich habe auch eine Frage für dich. In wie vielen Arbeitsschritten werden die bekannten Krefelder Ascot-Krawatten hergestellt? A, 10 bis 15, B, 20 bis 24 oder C, 30 bis 33. Also es ist natürlich jetzt schon eine ziemliche Frechheit, hier einen Mitbewerber aufs Feld zu rufen. Aber da wir selber bis vor zehn Jahren eine eigene Produktion hatten, ist die Antwort 10 bis 15. Ich glaube, du hast dich wenigstens um ein paar Schritte verstellt. Es waren tatsächlich doch ein bisschen mehr. Es waren 20 bis 24. Ja, dann ist es eine andere. Also die normale Krawatte hat zehn bis 15, hat glaube ich zwölf Arbeitsschritte. Dann weiß ich nicht, was eine Ascot-Krawatte ist. Ich dachte, unser Mitbewerber Ascot-Krawatten, die gibt es ja nun mal, die haben auch nur eine eigene Produktion. Oder ob es eine andere Form der Krawatte ist. Vielleicht noch ein paar Hightech-Sachen eingearbeitet. Da sind wir wieder bei der Digitalisierung. Typische Agenturbegriffe sind Funnel, Duplicate-Content und Pitch, Briefing, Duty-Time und Standby und Abschlag, Kauer und Versatz. Ja, ah. Würde ich auch sagen, ne? Richtig. Das zweite ist aus der Cockpit-Sprache und das dritte aus der Bergbau-Sprache. Okay. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, welcher Krefelder Stadtteil war früher wegen seinen Zuckerfabriken bekannt? Ist das A. Lin, B. Gelb-Stratum oder C. Uerdingen? Hast du eine Idee? Also ich würde jetzt mal wegen des Standortes von Cerestar, wie heißen die heute anders, ne? Da würde ich mal Lin sagen. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es ist der Stadtteil, der als letztes eingemeindet wurde. Uerdingen? Richtig. Warum? Warum jetzt der Bezug zu Zucker? Das steht hier jetzt so nicht. Genau, aber ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Okay. Bei den Fragen sind wir gescheitert, würde ich sagen. Ne, du hast, also ich bin gescheitert, sagen wir mal so. Naja. Ne, aber ich würde sagen, es war trotzdem ein ganz guter Abschluss unseres Gesprächs. Ja, das Gespräch war auf jeden Fall sehr nett, hat mir Spaß gemacht. Ja, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns jetzt in einer Stunde komprimiert kennenlernen konnten, wo wir uns doch vielleicht hin und wieder schon in Krefeld begegnet sind. Jetzt kennen wir uns. Jetzt kennen wir uns. Gut. Holt uns hier raus. Holt uns hier raus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.